Ich bin sogar ein bisschen neidisch, dass du nach dieser verlorenen Technologie suchen darfst. Für die Bruderschaft Ruinen zu durchstöbern war schon immer mein Traum. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fallout 4. Wir sind jetzt der Bruderschaft auch noch beigetreten. Wir müssen Artefakte finden, das machen wir einfach so auf dem Weg, wenn wir daran vorbeikommen und so. Aber jetzt will ich mal ganz kurz nochmal mit dir reden, du Kleiner, weil du kannst mich irgendwie nicht leiden, habe ich das Gefühl. Ich bin doch keine Nummer. Nummer? Was meinst du? Normalerweise durchschaue ich Menschen auf den ersten Blick. Aber du? Du bist anders. Und das nervt mich ohne Ende. Du bist nicht fürs Militär gemacht. Du bist ein Einzelgänger. Also kapiere ich nicht, warum du noch hier bist. Du hast, was du wolltest. Also warum ziehst du nicht weiter? Ich habe noch lange nicht, was ich will. Ich will meinen Sohn, meinen Sean. Die Bruderschaft könnte meine beste Chance sein, meinen Sohn zu finden. Nun, das ist tatsächlich ein ziemlich guter Grund. Gut. Ich will mal nicht so sein, weil Danz dir vertraut. Aber wenn du aus der Reihe schlägst und meine Brüder und Schwestern in Gefahr bringst, sorge ich dafür, dass du das bereust. Also, bereit für deinen Auftrag? Du Held. Bereit. Dann hör zu, ob es dir gefällt oder nicht. Eine unserer wichtigsten Aufgaben im Commonwealth ist die Müllbeseitigung. Ich rede von Mutanten, Ghulen, Synths, den Ausgeburten, die die verdammten Eierköpfe mit ihren Spielzeugen erschaffen haben. Es ist ganz einfach. Ich schicke dich zu einem Ziel und du vernichtest alles, was sich dort häuslich eingerichtet hat. Alle Einzelheiten findest du direkt hier. Komm erst wieder, wenn die Aufgabe erledigt ist. Okay. Okay. Säubern müssen wir auch noch. Hast du auch noch was zu sagen? Wo bist du? Da. Halladin Danz. Du bist jetzt ein Anwärter der Bruderschaft. Nimm dir ruhig, was du an Vorräten für deine Aufträge benötigst. Oh, oh. Oh, ja. Das können wir mal wirklich gucken. Aber ich habe das letzte Mal schon alles genommen. Glaube ich. Handscheln. Wenn man das gebrauchen kann, fresse ich einen Bissen. Wenn man das gebrauchen kann. Ich habe das aber eigentlich schon alles so ein bisschen leer geräumt. Ich weiß nicht, ob da wieder was Neues kommt. Immer wieder. Ich kann mir nehmen die Nuka Cola. Was tutest du denn jetzt so mit deinem Bein? Ach so, jetzt sind wir wieder im Tourpark. Aber wir können ja von da, glaube ich, auch rausgehen. Oder war das so? Oh, ich glaube schon. Aber was zeigt es mir denn jetzt an? Dass es nochmal rein muss, oder was? Aber warum? Warum? Hä, das verstehe ich jetzt nicht. Entschuldigung, gelehrter Helen. Bring mir dieses Artefakt, damit ich es einpacken und für den Transfer vorbereiten kann. Ja, das will ich ja. Aber warum zeigt es mir immer noch an, dass ich zu dir soll? Geht es mir noch hoch? Immer weiter, immer weiter. Ein Hubschrauberlandeplatz. Schön. Wir sind ein wenig im Rumpen. Unge was? Kannst du jetzt weiterreden? Entschuldigung, ich habe dich gerade unterbrochen. Ach, keine Ahnung, was du hier jetzt noch willst. Ja, ich warte auf nichts. Dann schal ich jetzt mal in meine Karte rein. So, Karte. Nein, Daten. Reinigung. Entführung. Da wollte, das wollten wir machen und das machen wir jetzt auch weiter. Alles andere nehmen wir so mit. Nebenbei. Ich weiß aber noch nicht, wo wir hin müssen. Wir müssen auf jeden Fall eine Schwester retten. Von einer Siedlerin. Und wir hätten entweder die Kronkorken zahlen können oder ihr so helfen. Aber ich bin der Meinung, wir befreien sie und töten alle anderen, weil sonst machen die das ja immer wieder. Das wollen wir nicht. Außerdem brauche ich selber das Geld. Krankenhaus. Krankenhaus. Da könnte ich mich heilen. Möglicherweise, wenn da jemand wäre. Oder alles leer räumen. Schreibtisch. Aber das ist ja gar nichts. Kamera. Ja. Was ist denn das für ein Krankenhaus? Ah. Benötigt Terminal. Das ist hier. Ach so, da können wir ja gar nicht. Leuchtender Pilz. Crazy. Also, Augen auf. Also, Augen auf. Yay. Geil. Ah, finde ich auch super cool. Oh, da ist noch einer. Raider abfauen. Ja, ich bleib heute. Ich geh heute nicht in den Weg. Nein. Überfälliges Buch. Das ist ein überfälliges Buch. Und schon wieder. What na? Wo ist die kleine Schlampe hin? Hast du mich Schlampe genannt? Ha. Das sag ich dir. Das sagst du auch noch einmal zu mir. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Ja, oder ich werde dich finden, mein Häschen. Ach, da oben. Ach, das sind Maschinen. Geschützt. Ja, das braucht er bestimmt nicht mehr. Nee, das braucht er nicht mehr. Das braucht er nicht mehr. Ich werde dich überraschen. Ein Kampfmiss. Bierflasche? Was ist denn da los? Mann. Ja, ich auch. Jetzt hab ich dich aber. Hä? So, du blöde Kuh. Jetzt wird das letzte Mal Schlampe genannt. Da ist nicht immer irgendwas dabei. Tussi. Rüstungswerkbank. Aber hier gibt's ja eigentlich gar nicht so viel. Zigaretten. Bisschen Klamotten. Was ist das? Oh. Hoffentlich verkacke ich das jetzt nicht. Dieses Interface ist ausschließlich für Techniker mit Robco-Lizenz vorgesehen. Der unsachgemäße Umgang mit Protektronen einhalten kann. Bleibende Schäden verursachen. Statuseinheiten laden in aktiv. Verbunden eine Einheit hin. Mit diesem Terminal verbunden. Bitte auswählen. Zugriff auf Kapsel. Einheit wird initialisiert. Zugewiesene Subroutinen werden geladen. Bitte weisen Sie das Personal in der Nähe der Aufladestation an, Platz zu machen. Wir sind alle weg. Standard. Persönlichkeitsparameter zurückgesetzt. U-Bahn-Begleitung. Was ist jetzt alles durchklicken, oder wie sehe ich das jetzt? Wahrscheinlich. Hülse. Zurückgesetzt. Aktivierung Protektron zu Diensten. Ich schütze und diene. Wie geil. Verstoß gegen Gewerkschaftsvorgaben entdeckt. Letzte Pause war vor 9.999 Stunden. Ach, wie geil. Ich schütze und diene. Ich schütze und diene. Wie cool ist das denn? Haha. Das ist nochmal so ein komischer Pilz. Leuchtender Pilz. Den nehmen wir mit. Ich schütze und diene. Ich glaube, da ist bestimmt nochmal irgendwo medizinischer Flüssigstickstoffspender. Ich trage mal wieder zu viel. Wie schaut es eigentlich mit meiner Gesundheit aus? Könnte besser sein. Dann nehmen wir mal was. Ja. Ist doch... Der war doch gerade nicht da. Der hat es doch nicht gesehen. Das war das, was wir vorher abgeschossen haben. Das geschützt. Ich schaue jetzt erstmal da rein, bevor wir hochfahren. Lötlampe. Ich schaue jetzt mal. Aber jetzt fangen wir mit dem Aufzug mal hoch oder runter. Ah, nach oben. Gucken wir mal. Oh, es tut mir leid. Jetzt bohrt einer. Aber jetzt ist eh die Folge lang genug. Und wir machen in der nächsten Folge weiter. Bis dann. Ciao. Ciao.